Und ich begrüsse den Tierphilosophen Markus Wild von der Uni Basel. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herr Professor, was halten Sie von diesen behördlich verordneten Abschusszahlen? Ich habe ein grundsätzliches Problem aus der Perspektive der Tiere, die in Quoten und Zahlen mir auszudenken. Aber wenn man vor dem Problem steht, dass Tiere sich in der Nähe der Menschen begeben, dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass man sich genau überlegt, was man tut. Und ich kann die Jäger und die Argumentation jetzt sehr gut verstehen, dass sie sich schützend vor die Tiere stellen und tatsächlich auch den Auftrag ernst nehmen, für ein Zusammenleben von Menschen, Tier zu sorgen und nicht in erster Linie für Abschüsse. Sie sind ja prinzipiell eigentlich ein Gegner der Jagd. Warum eigentlich? Ich bin der Auffassung, dass wenn wir glauben, dass wir Tiere nicht quälen sollten, dass wir dann auch den nächsten Schritt machen sollten und Tieren auch ein Lebensrecht zugestehen sollten. Das heißt, die Tötung von Tieren, von Wirbeltieren sollten wir möglichst unterlassen. Und das ist mein Grund, nicht nur Gegner der Jagd zu sein, sondern auch Gegner der Nutztierhaltung. Aber Rehe und Hirsche, die haben eigentlich keine natürlichen Feinde mehr. Das muss doch irgendwer übernehmen, der Mensch. Es gibt die Möglichkeit, das auch mit der Ansiedlung von Großraubtieren zu lösen. Wir haben in der Schweiz relativ gute Erfahrungen mit dem Luchs. Das kann man durchaus diskutieren. Und was man vor allem beachten muss, dass Tiere genug Lebensraum haben, um sich zu bewegen, dass man ihren Lebensraum nicht einschränkt und nicht künstlich Futter zur Verfügung stellt. Wir sprechen gleich noch weiter zu einem anderen Thema und da kommen wir jetzt gleich dazu.